Ich lerne Deutsch. Nummer 2043 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke für den Kaffee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mein Frühstück beginnt heute mit einem Spiegelei. Dazu gibt es gedünstetes Gemüse. Mein Frühstück beginnt heute mit einem Spiegelei. Dazu gibt es gedünstetes Gemüse. Ich möchte nicht an der Umfrage teilnehmen. Das Thema interessiert mich nicht. Ich möchte nicht an der Umfrage teilnehmen. Das Thema interessiert mich nicht. Ich möchte nicht an der Umfrage teilnehmen. Das Thema interessiert mich nicht. Natürlich kümmere ich mich auch um unser Kind. Meine Frau und ich teilen uns die Verantwortung. Natürlich kümmere ich mich auch um unser Kind. Meine Frau und ich teilen uns die Verantwortung. Seit meiner Kindheit schreibe ich meine Texte selbst und begleite mich dabei auf der Gitarre. Seit meiner Kindheit schreibe ich meine Texte selbst und begleite mich dabei auf der Gitarre. Es war die richtige Entscheidung, heute hierhin zu gehen. Ich bin so glücklich. Es war die richtige Entscheidung, heute hierhin zu gehen. Ich bin so glücklich. Es gibt eine so große Auswahl an Brillengestellen, dass ich nicht weiß, welches das Richtige für mich ist. Der Herzschlag klingt nicht gut. Wie alt ist das Huhn? Der Herzschlag klingt nicht gut. Wie alt ist das Huhn? Der Herzschlag klingt nicht gut. Der Herzschlag klingt nicht gut. Wie alt ist das Huhn? Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Ich habe zwei Ananas gekauft. Möchtest du sie haben? Meine Frau hat mir gezeigt, wie man ein Kind richtig hält. Meine Frau hat mir gezeigt, wie man ein Kind richtig hält. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich gehe 18 Stunden die Woche arbeiten. Ich gehe 18 Stunden die Woche arbeiten. Den Rest meiner Zeit verbringe ich mit meiner Familie. Ich fühle mich nicht wohl. Meine Mutter überprüft, ob ich Fieber habe. Meine Mutter überprüft, ob ich Fieber habe. Wir müssen noch planen, wie es nächste Woche weitergeht. Wir müssen noch planen, wie es nächste Woche weitergeht. Hat jemand Vorschläge? Wir müssen noch planen, wie es nächste Woche weitergeht. Hat jemand Vorschläge? Bevor ich deine Haare färbe, style ich sie zuerst mit einer Schere. Bevor ich deine Haare färbe, style ich sie zuerst mit einer Schere. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich als Ärztin in einem Krankenhaus arbeiten. Ich wollte mein Aussehen radikal verändern, und mein Friseur hat mir diese Frisur empfohlen. Ich wollte mein Aussehen radikal verändern, und mein Friseur hat mir diese Frisur empfohlen. Es ist wichtig, dass du deine Zähne gründlich putzt. Auch die Backenzähne darfst du nicht vergessen. Mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg gibt, das Problem zu lösen. Mal sehen, ob es nicht einen anderen Weg gibt, das Problem zu lösen. Ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. An unserem Supermarkt gibt es eine neue Ladestation für Elektroautos. Wir können unsere Mittagspause in einem schönen Raum mit bequemen Sesseln, Pflanzen und Entspannungsmusik verbringen. Haben wir eine Vereinbarung? Dann sind wir jetzt Partner. Haben wir eine Vereinbarung? Dann sind wir jetzt Partner. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ...